Hey Internet und YouTube, so ich war im Walking Dead. Wir brechen ein. Oh Mann. So, ich zerst mal looke? Ja, das ist logisch. Ja, ich hab... Das ist immer die Option. Ich bin mir nicht sicher. Kann Ben vorgehen? Das sieht nicht gut aus. Hier mitten auf der... Oh mein Gott. Das ist kein Guard, oder? Das ist ein Zombie. Kenny und Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Okay, doch, das ist... Shit. Okay, shh. YouTube, seid jetzt leise. Ich bin auch leise. Ich war klar, alles voller Zombies. Das ist doch gut, oder? Ich mein, besser als Leute, die herumschießen. What the fuck is a walker doing inside here? Das haben die sich auch gefragt, sicher. Get inside, fast! Fuck. Fuck, fuck! Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. Ja, was soll ich denn? What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. Ja, Ben. Geh mal nach draußen. Warum? Ja, das war ja auch mein Gedanke. Hey, trying to look on the bright side here. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changed. Do you even have any idea, how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Ben. Come on, I think I know, which way to head. Du weißt, für wen kein Platz auf dem Boot is, oder? Das wissen wir alle, das weiß ganz YouTube. I got a bad feeling about this. Ganz YouTube weiß, dass für dich kein Platz auf dem Boot is. Wie fühlt man sich so, Ben? Just keep moving. Fornünftige Idee. Hier. Looks okay. Everybody in. Okay, wo sind die Vorräte? Okay, das ist... Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. What about the medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Oopsie. Just makes sense, doesn't it? Oopsie. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come to. No, two people is enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. They might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. I guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to the window. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? Hmm. I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? Ha, mit dem Idioten. You leaving me with Ben? Yeah, I'm leaving him with you. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, okay. Hey. Back before you know it. Ben. Ben, I'll tell you if you're crazy. Ben, I'll tell you if you're crazy. Boah. The Georgia State flag. A lot of history there. Yeah. Not that it matters much now, I guess. Seh ich mich noch hier um, bevor ich rausgehe. Kann noch Stunden dauern, oder Ben? War mir klar. Creepy. Hmm, Zombiepuppen. Might come back for these later. Any reading material would be nice, once we get on that boat. Hmm, dream on. No power, no TV. Nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Talk to Ben, or whatever. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Hmm, hat nichts gebracht. Hier ist ein Walkie. Talkie, nur so nebenbei. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Just a bunch of paste. Ben, ich geh jetzt raus. Und wenn irgendwas passiert. Hopscotch. You know what I'm going to do. Nothing good creating construction paper. Yes. Okay, let's go. Wo ist denn jetzt die Gute? Ha. Crazy people. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. The alleyway to the auto shop is down here. Are you coming or not? Ich bin unter... Du. Look at hole. Ach so. Ich komm eh nicht drauf. Warte, ich bin gleich hier. Ich hab mich... Ich klicke hier. Can't reach it. It's too high up. Hmm. I don't know. Wo ist sie denn schon wieder? Holly. Holly. Molly. Klappst du, ich kann mir deinen Namen merken? Holly oder Molly? Kann ich dich Brigitte nennen? to the alleyway, where the auto shop is. But where the hell is Molly? Ich mach nichts ohne den Lärm. Voll bajo. Are you out here? I guess I'm not going that way. Hm... Exact. Ich hab kein gutes... Das ist der Big Boss Der Oberpieselkopf Der auch am Funkgerät war, oder? Hier Ähm Ist nix, oder? Gott sei Dank, ich hab gleich ums Eck Haha Okay, ich will keine Science mehr sehen jetzt hier Irgendjemand keucht hier, das ist nicht gut Doch hier rein? Vielleicht hab ich was übersehen Kann ja gar nicht sein, ich hab nichts übersehen Climbing ist nicht gut, das ist nicht gut Was soll ich denn? Jesus Christ Okay Dann, äh, gehen wir zurück Bolli! Ähm Nichts Okay Gott sei Dank, ich hab irgendwas übersehen Wahnsinn Warum schickst du mich in die? Ja, ist doch kein Thema hier rauf, das schieben wir rüber Oder auch nicht Molly Ich hab keine Option I have no Ich hab nicht die geringste Idee Einer Idee Hier kannst du doch rauf Oh man Computerspiel kommt ja dann nicht auf die Idee Hier kann ich nicht weiter Hier kann ich nicht weiter Ich muss irgendeine Anzeige Hier muss Aha Look at all Hier oben Ich hab doch was übersehen War ja klar Superb, mein Freund Superb Gleich öffnen Leise öffnen Leise Detamines We're going wider Good idea, my friend Look at Fence Look at fence Look at fence Look at fence 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 Nothing Die Kisten kann ich hier nix machen What the What Leave him He's mine What were you doing up there Molly Molly What Um Um Calm the fuck down What's wrong with you What's the matter Never seen someone kill a geek before Not like that Big boss He's wearing medical scraps Some kind of scientist or doctor maybe Yeah well He ain't shit new No But the garage door is jammed Can't raise it Not a problem Look what I found Na sowas aber auch Passt alles in deinem Rucksack Oder Oh Molly du machst das Du bist ja Ninja Ja ich bin doch dabei Das ist eine Sequenz Ich kann überhaupt nichts machen Gib mir nicht die Schuld Das hat gut gemacht Gut gemacht Molly Der lebt auch noch Ezio Take a look around I'll make sure no stragglers get under this door All right Look around There's a car battery in there we can use for the boat Maybe Maybe get it out I can't reach it up there Ja dann lass es runter mein Freund Okay Hydraulic Wunderbar Truck hold Alles klar dann machen wir das weiter im nächsten Part Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss Days So Thing D し Vielen Dank.